So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Bei mir ist jetzt gerade immer noch Sonntag, der zweite Tag vom Go-Fest, der Abend. Wie gesagt, wir waren in Gera, Freitag bis Sonntag. Samstag und Sondag gab es jeweils einen Stream von 10 bis 12 Uhr. Da haben wir ja hauptsächlich, nee, kurz mal Rates gemacht. Wir haben danach noch weiter geradet. Ich hatte ein Ticket, das heißt, ich hatte neun freie Pässe pro Tag. Und dann habe ich insgesamt 62 Pässe gehabt, die ich für Nekrozma-Rates ausgeben wollte. Die habe ich aber auf diesem Free-to-Play-Account natürlich aus den täglichen Münzen der Arenen mir gesammelt für dieses Event. Jetzt möchte ich dieses Video extra direkt nochmal Nekrozma widmen. Ich habe ja schon gesagt, da gab es ein Problem. Ich hatte ja so eine Quest mit 10 Rates machen. Als Free-to-Play hast du das Problem, du hast dann zwei Pässe pro Tag gehabt. Ich habe also fünf Tage gebraucht. Ich dachte, das hält sich am Wochenende. Wollte das als Video mal aufnehmen, dann abends im Hotel, wie ich da meine Sachen abhole. Jetzt bin ich erst nach 20 Uhr ins Hotel gekommen und habe gesehen, die Quest war dann weg. Ich habe so im Augenwinkel noch zwei, drei Dinge abgeholt. Da waren jede einzelne Ultra-Bestie drin, die man mit vielen Bonbons einfach rausholen konnte. Und dabei ist es ja passiert. Dabei ist ein Voltrian-Shiny aus der Quest rausgeflogen. Das war schön. Den haben wir mitgenommen. Okay, das passt. Aber Mosquito konnte ich nicht mal abholen, weil die Quest dann weg war. Das war schade. Deswegen wollte ich eigentlich auch am Samstag Voltrian-Rates machen, Mosquito-Rates machen und Necrozma-Rates machen. Durch den Fehler, dass ich abends aber meinen Beutel ausgemistet habe, habe einfach Alter Null eingegeben und habe einfach alles weggeschmissen. Ich dachte ja, die Legendären oder Ultra-Bestien und Shinies bleiben ja da. Aber durch das erweiterte Verschicken, was angehakt war, sind einfach auch alle Necrozma, alle Voltrians, alle Moskitos weg. Musste ich also am zweiten Tag raiden. Was habe ich jetzt aber am zweiten Tag gemacht? Wenn wir mal kurz hier Necrozma eingeben. Ich gehe mal auf das letzte. Seht ihr, ich habe insgesamt jetzt hier 870 Necrozma Bonbons. Ich habe 614 Necrozma XL Bonbons. Man beachte, ich habe am ersten Tag keine Mega-Entwicklung angehabt. Ich habe einfach nicht daran gedacht. Ich habe es vergessen. Wir haben am zweiten Tag gefühlt mehr Rates gemacht als am ersten Tag, weil wir uns dann erst ein bisschen zurechtfinden mussten mit Rute und so weiter. Ich habe am zweiten Tag also ein Mega-Gadawar entwickelt, Stufe 3, dass ich beim Fang mehr XL Bonbons auch kriege oder halt generell mehr Bonbons und hat dann auch gepasst. Ich wollte unbedingt so viel XL haben, dass ich zwei maxen kann auf Level 50. Das wollen wir heute auch noch machen. Ihr seht die Fusionsenergie hier. 3.600 Solar, 3.100 Lunar. Die ganze Zeit hatte ich mehr Lunar-Energie als Solar. Ich habe aber in meinem, in meiner, in dem Pfad, den Pfad, den man wählen konnte, habe ich mich für den Löwen entschieden, weil gefühlt viel mehr Lunars waren. Also, wie heißt denn das Ding? Sol Galeo und Lunala. Genau, es waren viel mehr Lunala-Rates da als Sol Galeo-Rates. Deswegen hat man immer hinterhergehangen mit dem Löwen, aber den fand ich eigentlich cooler. Also habe ich den gewählt, weil ich den cool finde. Und ich habe den gewählt, dass ich da nochmal extra Energie bekomme. So, in der Quest, die da dazugehört, bin ich auch auf der letzten Seite. Hier stand ja auch noch, verwendet 20 Power-Ups bei Pokémon. Fusioniere Negrotz-Mites. Jetzt habe ich das noch nicht gemacht. Jetzt brauchst du ja für Necrozma, brauchst du ja einen Lunala. Mann, ist das wieder kompliziert. Du brauchst einen Lunala, du brauchst einen Sol Galeo. Weil ich den Sol Galeo-Pfad genommen habe, habe ich ja hier meinen Sol Galeo drin. Das könnte ich auch mal kurz bewerten für euch, dass ihr das seht. Das hat 3 Sterne, 15, 15, 10. Sieht gut aus. Und ich habe hier einen Kosmog. Das habe ich ja auch aus dieser Quest bekommen. Hat auch 3 Sterne. Dieses müsste ich jetzt, wenn ich es entwickle, ich glaube zweimal entwickeln können, direkt zu Lunala. Weil wir sind ja jetzt am Abend. Ich hoffe, da muss man nicht irgendwie eine Buddy-Aufgabe noch machen oder so. Ich hoffe, das kann man jetzt einfach so durchentwickeln. Denn ich brauche einen Sol Galeo. Ich brauche einen Lunala. Und dann möchte ich meine zwei besten Necrozma so fusionieren, dass das eine das eine ist und das andere das andere. So, wir sehen. Aha, es ist Abend. Also kann ich Lunala entwickeln. Das mache ich jetzt auch. Dann ist es für mich auch nochmal ein neuer Pokédex-Eintrag, dass ihr das alles live hier seht. Und ja, das muss ich sagen. Der Plan ging gut auf. Also ich habe Pupsi immer ein bisschen gestriezt und gesagt. Ah, ich brauche noch drei Raids und danach, ah, ich brauche noch fünf. Ich habe jetzt eine Aufgabe, muss ich das machen? Wir haben es wirklich bis 17.30 Uhr durchgezogen. Noch zu bleiben, noch zu raiden, noch zu machen. Ich hatte am Ende absolut keinen Raidpass mehr. Und habe trotzdem aber meine 600 XL voll gehabt, sodass sich das einfach ausgeht. Das geht sich aus und das ist das Beste von allen. Wie hoch kommt das Zeug eigentlich hier? 4400 noch was. 4.500 noch was. Ich habe jetzt kein... Was ist denn, wenn ich das Zeug der Leo nehme? Und pushe das jetzt auf 50. Und fusioniere es mit einem Necrozma. Dann ist es nicht Level 50. Weil das ja nur im Prinzip der Saft ist, der getrunken wird. Ich muss also das Necrozma hochpushen. Eigentlich sind die beiden also nur Beiwerk jetzt, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Das ist mir gerade noch unschlüssig, aber das werde ich jetzt gleich sehen. Denn wir sind hier bei den Necrozmasern. Wenn wir die auch mal durchnummerieren. Seht ihr, wir haben hier das schlechteste. Das ist das zum Beispiel mit 20.23. Das hat 10, 11, 10. Und die Besten kommen dann oben drüber. Insgesamt habe ich hier 80 gesehen. 80 gefangen. Ein Glücks. Also 80 Necrozma-Rates gemacht. Das ist schon ordentlich in den zwei Tagen. Dafür, dass ich ja sonst nur ein Raid pro Tag mache mit meinem freien Pass. Hat sich das gelohnt, sich das alles aufzuheben für dieses Fest? So, wenn wir jetzt hier drauf gehen, sehen wir. Was sehen wir denn? Was wollen wir denn überhaupt zeigen? Da sind etliche, etliche, etliche. Hier ist das. Genau, das ist also ein Shiny gewesen. Auch mit dieser Ultrapforte im Hintergrund. Hier ein Lucky Shiny. Hier war es das dann fast. Die Besten, die hier oben sind. 2.096. 2.204 war, glaube ich, das 100er. Wenn wir das bewerten, haben wir hier ein 98er. Okay. Dieses möchte ich jetzt erst mal maxen. Auf 4.100 noch was. So. Und von den restlichen mit Wetterboost. Ich habe genau vier Stück mit Wetterboost. Das ist dieses Shiny. Das ist dieses Shiny. Das ist dieses Shiny. Und das ist das hier. Wetterboost. 15 Angriff. Aber ein 96er. Mir ist dieses 96er mit 15 Angriff. Aber wertvoller als das 98er. Mit 14 Angriff. Das möchte ich jetzt auch maxen. Braucht 444.000 Staub. Und kommt noch 4144. Okay. Jetzt habe ich 22 XL Bonbons noch. Und dieses möchte ich fusionieren. Das bessere zu dem Löwen. Jetzt hole ich mir den Solgaleo hier rein. Was ist, wenn ich den aber auch gemaxed hätte? Wie hoch kommt der dann? Tut sich da was? Pokémon können kostenlos getrennt werden. Möchtest du dieses Solgaleo fusionieren? Ich drücke jetzt einfach mal drauf. Da kommt was rumgeflogen. Aha. Das geht da rein. Das sieht jetzt lustig aus. Ach, ist das schön. Im Pokédex registriert. Da unten daneben. Ja, das ist 4613. Dieses Pokémon beherrscht eine Attacke mit einem Effekt, der außerhalb des Kampfes aktiviert werden kann. Ja, Stahlgestirn, das brauchst du mir jetzt nicht zeigen. So, jetzt ist der einfach weg, weil der halt jetzt nicht mehr so heißt. Wenn ich das jetzt hier nehme, das habe ich ja auch gerade, das ist ja das 98er, genau. Das wollen wir fusionieren zu Lunala, äh, mit Lunala. Machen wir auch mal hier. Ändern sich die WP jetzt nochmal. Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Ich habe das Necrozma auf Level 50. Okay. Und das ist im Prinzip nur wie eine Maske, die man aufsetzt. Ich glaube nicht, wenn man das Lunala vorher maxt und das gemäxte Necrozma nimmt, dass das insgesamt nochmal mehr hat. Das ist jetzt bei 4618. Mhm. Hat hier seinen Schattenstrahl. Okay. So, wo sind die jetzt hin? Wenn ich in meinen Beutel gucke, hängen die beide jetzt hier drin. Also das ist eigentlich verdammt cool. Dass ich die so stark mit 4618 auf Level 50 jetzt hier in meinem Beutel habe. Dunkelklaue Schattenstrahl. Hier steht trennen. Ich möchte es aber nicht trennen. Ich möchte fast sogar noch eine neue Attacke reinpacken. Und das brauche ich irgendwie auch nicht. Also, es macht glaube ich... Wer jetzt seinen Lunala damals also gemäxt hat, wird sich jetzt denken, toll, ich habe das gemäxt und jetzt habe ich es genommen zum Fusionieren. Aber eigentlich sind die EV doch dann bei Solgaleo und Lunala komplett egal. Weil du das einfach nur wie eine Spritze dem Necrozma gibst und das sich aufpumpt. Egal welches Level. Oder blicke ich es nicht, ich weiß es nicht. Das sieht also gut aus, weil das hat die EV vom Necrozma. Genau. Das hat nicht die EV vom Lunala, sondern vom Necrozma. Jetzt haben wir das Teil hier. Das haben wir hier drüben. Metallklaue Stahlgestirn. Starkes Pokemon. Also ich finde es cool. Die sind jetzt viel besser als alle anderen. Und nur der Hannes ist noch weiter oben. Der Hannes, der liegt hier an der Spitze und freut sich. Also, das ist auf jeden Fall nice gemacht. Wir holen jetzt hier noch die Bonbons ab von Necrozma. Das sind XL Bonbons. Genau, auch für Cosmo. Hier sind nochmal drei Sonderbonbons. Hier ist eine Top-Sofort-TM und eine Top-Ladet-TM. Dann habe ich das nämlich alles fertig. Wollte sagen, das war es. Zwei? Gemaxt auf Level 50? Das ist krass. Wie sieht es bei euch aus? Wie viele Necrozma-Rates habt ihr gemacht? Ich habe vor dem Go-Fest global jetzt kein einziges Necrozma gehabt. Ich habe wirklich alle 80 Stück aus dem Go-Fest in Gera geholt. Ich habe bis dahin gespart meine Münzen aus den Arenen. Jetzt habe ich ein Jahr Zeit wieder zu sparen für das nächste Go-Fest oder die nächste Tour im Februar. Und ich finde es cool. Ich finde es cool. Guckt euch die zwei an. Ich finde es auch schön, dass es keine Mega-Entwicklung ist, die dann acht Stunden hält und das war es. Sondern, dass die beiden jetzt fest da oben im Beutel sind. Das ist genial. Das ist richtig stark. Habt ihr einen 100 an den Grozma? Dann schreibt es mal in die Dings. Ich habe da Pupsi, glaube ich, gesehen auf ihrem Account. Die hat ja immer nebenbei geradet. Die hat gar nicht bewertet. Eben habe ich gesehen, sie hat ein 100%iges im allerletzten Raid. Das weiß sie nicht mal. Das weiß sie nicht mal. Mein Ziel ist erreicht. Level 50. Beide Dinger. Perfekt. Und das als Free-to-Play. Besser geht es nicht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe nur gute Erinnerungen an Gera. Hier dieses Dialga. Das ist ja auch aus Gera. Das war von der Sinotour. Mit 100%. Das ist leider nicht auf 50. Weil ich ja da nicht so viele Raids gemacht habe. Weil ich da noch nicht gespart hatte. Und deswegen fehlen da natürlich XL. Oder halt auch das Palkia. Das müsste doch auch hier irgendwo kommen noch. Hier Palkia. Dann auch das Ur-Palkia. Das Ur-Dialga. Beide in 100%. Das ist jetzt nicht 100% hier oben. Die Negrotzma. Aber die sind fett. Und die reichen mir so. Es muss nicht immer 100 sein. Das war es. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Und ciao. Ich hoffe da auch. Das war es.